Herr Bundeskanzler, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Danke fürs Kommen, danke fürs Gespräch. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, das waren die letzten, der letzte Teil der Sommergespräche 2018. Eine ganze Liste hätte ich jetzt, ich und Nadja, wo wir uns bedanken müssten. Ich mache es pauschal. Danke einmal dem gesamten Technikteam, dem gesamten Redaktionsteam unter Robert Stoppacher. Und wir sind hier auch gewesen in einem wunderbaren Ambiente, Weingut und Restaurant, Flößerei. Auch hier haben wir uns sehr wohl gefühlt. Ein wunderbares Team und danke auch Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen, für Ihr Interesse. Jetzt im Anschluss die ZIB 2 mit Armin Wolf und dem Politologen Katrin Steiner-Hämmerle und Thomas Hofer, die das Gespräch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz analysieren werden. Vielen Dank fürs Zuschauen, alles Liebe, schönen guten Abend. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.